Dicke Staubschichten und Fingerabdrücke auf Monitoren und Fernsehbildschirmen sind ein altbekanntes Problem. Abhilfe schafft die Pearl Protect Nano-Versiegelung. Der Schutzfilm dieses cleveren Tuchsets bewahrt Ihre Geräte vor Kratzern, Fett, Schmutz und Wasserflecken. Die Anwendung ist besonders einfach. Befreien Sie das Display mit dem Reinigungstuch von möglichen Fett- und Tensiderresten. Danach tragen Sie die Versiegelung auf. Nun verbinden sich die Nano-Teilchen mit der Oberfläche zu einem festen, ultradünnen und unsichtbaren Schutzfilm. Sollte es doch einmal Dreck absetzen, haftet dieser durch die Nano-Schicht deutlich schlechter und ist ohne Druck mit einem feuchten Tuch ablösbar. Das perfekte Schutzschild für empfindliche Monitore. Und am besten bestellen Sie gleich mehrere Tücher, denn diese Investition lohnt sich garantiert.